Hey Leute, in diesem Video fährst du erstmal, wie man eigentlich Fliesen verfugen und somit natürlich auch Wandfliesen und Bodenfliesen richtig ausfugen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert bei Wandfliesen, Bodenfliesen und natürlich auch bei solchen Sockelfliesen immer relativ ähnlich. Und wichtig ist einfach nur, dass wir auf jeden Fall mal bei den Herstellerangaben nachschauen, wie lange das Ganze trocknen muss, bis wir es auch richtig verfugen können. Und zuvor sollten wir auf jeden Fall mal noch die Fugen kontrollieren. Nicht, dass hier noch irgendwelche Fliesenkleberreste drin vorhanden sind, denn dann sollten wir am besten mal einen Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen, mit dem das Ganze etwas auskratzen und natürlich noch mit einem Staubsauger nachträglich sauber machen. Meine Fugen sind soweit vorbereitet, weswegen ich jetzt auch mal mein Fugenmörtel nach Herstellerangaben anmischen kann. Ich benötige nicht viel, weswegen ich mal etwas sauberes Wasser in so eine kleine Schüssel gebe. Natürlich kannst du aber auch einen kleinen Eimer verwenden. Danach unseren Fugenmörtel hinzugeben und am besten natürlich mit einem passenden Rührgerät vermischen. In meinem Fall kann ich das jetzt aber auch, wie gesagt, bei dieser Menge ganz einfach per Hand machen. Die Konsistenz schaut super aus. Das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig. Und laut Hersteller sollen wir jetzt unsere Fugenmasse mal noch für circa fünf Minuten stehen lassen und danach erneut durchrühren. Fünf Minuten sind rum, deswegen ich meine Masse, wie gesagt, noch mal gut vermische. Und danach benötigen wir mal so ein spezielles Fugbrett, denn damit können wir jetzt die Fugenmasse auch sauber auf unsere Fliesen auftragen. Hierfür gebe ich am liebsten die Masse erst einmal auf meine Fliesen drauf und danach schaue ich, dass ich mit meinem Fugbrett auch die Masse mal ordentlich in meine Fugen hineindrücke. Ich drücke und schaue natürlich auch, dass ich zum Rand hin relativ weit komme. Nicht, dass ich hier hinten am Ende noch ein Loch bei meinem Übergang zur Wand habe. Wichtig ist aber, dass wir auf jeden Fall den Spalt hier unten freilassen sollten, dass wir hier keine Schallbrücke haben, denn das Ganze wird später einfach mit Silikon verschlossen. Auch bei den Sockelfliesen gehen wir gleich vor, nur dass wir dieses Mal die kurze Seite nehmen, da es damit natürlich deutlich leichter geht. Unsere Fugen sind ordentlich verfüllt und würden wir das Ganze zum Beispiel nur so leicht oberflächlich machen, hätten wir zwar optisch auch am Anfang ein schönes Ergebnis. Doch die Schicht wäre hier zum Beispiel nur ein Millimeter dick und das Ganze könnte natürlich im schlimmsten Fall über die Zeit auch wieder aufreißen. Deswegen doch lieber mit etwas Druck arbeiten. Danach noch den überschüssigen Fliesenkleber scharf abziehen. Hierbei ist wichtig, dass wir das Ganze diagonal ansetzen, damit wir jetzt nicht unseren Fugenmörtel wieder aus den Fugen herausholen. Und wenn du jetzt eh schon hier zum Beispiel irgendwo doch etwas zu viel Fugenmörtel in den Übergang hier reingebracht hast, dann am besten wieder einen kleinen Schraubendreher zur Hand nehmen und das Ganze jetzt schon auskratzen. Im nächsten Schritt müssen wir unsere Fliesen und Fugen richtig reinigen bzw. vorwaschen. Das macht mit so einem normalen Schwamm hier übrigens keinen Spaß. Deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall so ein Reinigungsset. Da ist ein spezielles Schwammbrett mit dabei. Das kann ich jetzt zum Beispiel zweimal in das Wasser tunken und dann hier oben an meiner Rolle einmal richtig ausquetschen, dass es nur noch leicht feucht ist. Der richtige Zeitpunkt hierfür ist übrigens normalerweise schon ein paar Minuten nach dem Verfugen. Und das erkennt man relativ gut, wenn hier auf den Fliesen der Mörtel schon relativ gut angetrocknet ist. Da sieht man dann normalerweise so einen leichten Schleier und unsere Fugen auch schon etwas fester sind. Danach mit den Schwammbretten einfach eine Kreisbewegung über unsere Fugen bzw. Fliesen drüber gehen. Und das hat jetzt einfach den Sinn, dass wir unsere Fugen jetzt nochmal optisch etwas schöner hinbekommen. Denn dadurch werden auf jeden Fall noch kleinere Löcher in den Fugen geschlossen und das Ganze natürlich auch noch optisch modelliert. Würde ich jetzt natürlich wieder in die Richtung meiner Fugen das Ganze abziehen, dann könnte es wirklich sein, dass ich mir am Ende den Mörtel aus den Fugen wieder rausziehe. Wenn unsere Fugen also passen, geht es mal in das Richtige reinigen. Deswegen das Schwammbrett dementsprechend am besten wieder einfach zweimal hier eintauchen, danach etwas trocken machen. Und jetzt einfach mal nur ganz leicht diagonal über unsere Fliesen drüber gehen, dass wir einfach noch den restlichen direkt mit runter bekommen. Danach dementsprechend wieder in das Wasser hineingeben, das Ganze wieder etwas ausquetschen und so machen wir jetzt einfach weiter, bis der ganze Dreck von unseren Fliesen unten ist. Ich bin mit unserem Ergebnis sehr zufrieden und am Ende würde ich trotzdem mal noch das dreckige Wasser aus dem Wascheimer gegen neues Wasser austauschen. Nochmal mit dem Schwammbrett hier ordentlich drüber gehen und dann haben wir auch auf jeden Fall die letzten dreckigen Reststücke hier noch entfernt. Und somit haben wir Fliesenfugen jetzt nämlich auch schon richtig verfugt. Wenn du dir für zu Hause jetzt ein Fugbrett, ein Waschset oder natürlich auch einen speziellen Fugenmörtel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.